Warte, ich habe ihn hier gespeichert. Was ist das? Was immer ist das? Das gehört auf jeden Fall nicht hierher. Lassen Sie jetzt einfach die Fässer in den Fluss werfen. Warte. Aber sie sind gleich da. Ich weiß, jetzt warte. Aber... Okay, auf da. Reiß. Zwei. Nein! Du hast den Fässerrand mit Kleber bestrichen. Irgendwas stimmt hier nicht. Es geht nicht ab. Es muss abgehen. Aber es geht nicht. Nicht ungeniös bin die Baumann. Das hätte glatt von mir sein können.